Wir sind wieder auf der YouTuber-Insel und weil ich mich als würdig erwiesen habe für Timmy, werde ich heute zu seiner rechten Hand ernannt. Und das vor dem gesamten Alpha-Clang. Und wir beschwören Alpha-Stein, was am Ende komplett eskaliert. Leute, es ist soweit. Ja. Der Alpha-Clang hat es geschafft, den Kopf des Alpha-Steins zu holen. Ja. Wir sind die Besten. Der Alpha-Clang. Und ihr wisst, was das heißt. Ihr wisst, was das heißt, Leute. Durch den Kopf des Alpha-Steins erlangen wir unfassbare Macht. Ja. So sieht es aus, Leute. Schaffen wir es. Sollen wir das Ritual hier machen oder da drin? Was sagt ihr? Hier. Das ist gerade so schönes Wetter. Okay, haben wir Fackeln da? Natürlich. Ich habe eine. Dann stelle ich den Kopf hin. Ich stelle den Kopf hin, Leute. Ich werde den Husten. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Oh, Timmy, es geht los. Hier ist das. Ja. Der lästige Kopf. Oh, Alpha-Stein. Gib uns die Kraft des Bösen. Wissen wir runterziehen? Nein, wir müssen außenrum TNT machen, Leute. Oh ja, ja, ja. Überall von mir rum. Dann kommt nämlich die richtige Aura, Leute. Und dann geht es richtig ab. Das kann ich euch versprechen. Alpha-Stein. Du musst uns die Kraft geben, wenn es unhört. Kommt zu uns. Kommt zu uns. Oh. Es hat wirklich geklappt. Alpha-Stein. Alpha-Stein ist da. Alpha-Stein. Alpha-Stein. Let's go. Das funktioniert, Leute. Ja. Alpha-Stein. 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 Kein Problem, Junge, endlich bist du da! Wo warst du die ganze Zeit? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, aber wer ist hier der Chef? Wer ist denn am Leiten? Ich bin denn am Leiten! Du, Timmy, du bist der Chef! Es geht nicht! Ja, ich finde, wer nicht am Leiten? Was ist der Eiferscheinchen? Bruder, was geht, Bruder? Es geht, Bruder! Das lage Wiedersehen! Dank deiner Power bin ich unermal stark und auch die anderen Eiferleute. Wir müssen auch was abkriegen, Alter! Das ist voll unfair, dass ich nur so stark bin! Ja, richtig! Wir müssen gegen das Böse kämpfen! Und Tsu und Icrymax und Amir, die ganzen Toilettenkriege, das sind die Bösen, ey! Ja! Wir müssen sie besiegen! Eiferklapp! 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 Wir werden alle über den Eiferklapp reinne! Ja! Im YouTube-Insel ist gleich Eiferklapp! Ja! Eiferklapp! Ja! Eiferklapp! 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 Ich hab dich richtig vermisst, ja? Hast du noch was zu verkünden? Ah ja, ich habe noch eine Sache zu verkünden. Eiferstein, jetzt wo alle hier da sind. Und zwar hier. Hier, das Küken hier. Das hat auf jeden Fall den Eiferklang gerettet. Ich ziehe meinen Hut. Und hat immer gute Arbeit geleistet. Ja! Hier ist ja meine rechte Hand ab jetzt. Ja! So sieht es aus. Richtig cool. Was machen wir jetzt, Eiferstein? Du bist der beste Alter. Wir müssen erst mal ein Gespräch halten. Leute, es ist jetzt offiziell, Alter. Ich habe mich gar nicht gesehen. Na klar, Junge. Wir haben hier extra noch hübsch gemacht. Mit Teppich für dich. Ist so. Lauf die Sau am Start. Alle sind hier, Junge. Lauf die der Ehrenmann. Wir müssen uns neu koordinieren. Okay, Eiferstein, wie müssen wir uns koordinieren? Eifer Steinchen, weil du so gut aussiehst. Du bist der neue Väterpräsident. Ah! Was ist das denn? Die Spinne ist ein Verräter. Ja, Mann. Timmy, du wirst ab jetzt die Toiletten putzen. Oh! Du kannst dich auf den Weg geholt, Alter. Timmy, ich glaube, du fühlst dich hier zu heftig. Du hast vergessen, wenn der Anführer ist. Oder, Leute? Was soll das heißen, Leute? Timmy putzt keine Toiletten. Nein. Timmy, du musst dich ein bisschen aufräumen. Wir sind ein paar Blöcke. Du musst mal ein bisschen sprengen gehen. gegen mich machen. Du wirst dich gegen mich anlegen, ja? Du wirst dich wirklich gegen mich anlegen. Das wirst du bereuen, Eiferstein. Ich bin ein kleiner Anführer. Was sonst? Ich bin ein kleiner Anführer. Was redest du da? Timmy war da, als es du nicht warst. Wo warst du denn? Wo warst du? Timmy, Timmy. 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 Wir sind genau gleichgestellt, oder? Es gibt Krieg, Alter. Sehe ich auch so. Ja, es ist okay, Timmy. Es ist okay, Timmy. Du wirst sehen, dass der Furness. Ja, was soll das heißen, Alter? Frieden oder keiner? Die Drohung oder was? Ja, Frieden. Ja, Frieden. Wir machen Frieden. Es ist okay, ja. Ja, wir machen Frieden, Alter. Oder willst du kämpfen, oder was? Echt, der wird doch sehen. Hey, ohne dem Ritual von Timmy wärst du gar nicht jetzt hier. Ist so, Alter. Wie unendankbar ist der, Junge? Ja. Ich mache Spaß, Timmy. Das sind also Pranks. Ja, Alfa, klar. Alfa, klar. Alfa, klar. Yeah. Was ist mit Lofi, Alter? Welche Rolle kriegt der? Lofi. Vize, Vize-Präsident. Yeah. Yeah. Aber ich als Anführer würde sagen, dass wir auf jeden Fall es nicht... Nee, du musst dich anführen. Nee, wir müssen Sue seinen Kopf holen, Alfa Stein. Yeah. Ja, Sue's Kopf. Wusste, wir machen den komplett Black. Gibt's kein Frieden mehr. Wir machen uns eine Wand mit allen Köpfen von allen YouTubern. Ja, zuerst du mir den hier. Oder den hier. Wollen wir dich lieber den nehmen? Nein. Ey, so eine große Variation von dir, Snoopy. Oder den hier. Hey, genau. Stopp den. Stopp den, ich meine. Nein, ich stopp den nicht. Stopp den. Hey, hör auf damit. Du kriegst den nicht, Junge. Stopp den Kopf. Stopp. Nein, du musst in den arbeiten, Alter. Wie jeder andere auch, Alter. Ich hab gehört, Sue's den Fallbacker Hilt. Abwahr. Dann lass uns da hingehen, Alter. Der ist in Alfa Town, Alter. Nein, lass eine Weile besiegen gehen. Junge, wir müssen uns Sue schnappen, Alter. Wir müssen den Kopf holen. Hallo. Hey. Wo sind die denn? Hat Stace gelogen? Wo sind die? Schmusi und I Cry Max. Wo sind die denn? Ah, da. Sue, wo bist du? Sue. Bleib doch mal stehen, jetzt. Bleib mal stehen, Sue. Ey. Das bleibt sich gewendet, Junge. Schmalspurs, Sue. Hallo. Bleib stehen, Alter. Bleib doch mal stehen, jetzt. Blackjack, Alter. Bleib stehen. Ey, stimmt, das ist Blackjack. Das ist Blackjack. Hä? Hat der uns belauscht? Boah, der kann auch nur abhauen, ey. Mein Gott, das können die alle. Die können alle nichts nur abhauen, Leute. Aber es hat funktioniert, Alter. Wir haben wieder Eiferschein. Ja, Mann. Let's go. Wir sind einmal die Besten, ey. Wir sind die Besten. Ey, Leute, wir haben I Cry Max in den Knast geholt. Wir haben Amir in den Knast geholt. Und wir haben Alperstein wieder auf der Insel. Besser kann es gar nicht sein, ey. Wir sind die Stärksten. Ich habe es dir gesagt, Kiro, Alter. Ich komme wieder stärker zurück. Ja. Der Admin ist sein bester Freund, Junge. Richtig. Aber ich werde ihm nicht ganz vertrauen. Aber ich werde stärker sein als der. Irgendwann mal. Und dann wird er sehen, Alter. Weißt du? Das war schon ein bisschen komisch, dass er erst gegen dich war. Ja, ich sage dir ehrlich, Bro. Das war nicht ganz cool. Aber ich habe ihn nochmal auf die richtige Bahn bekommen. Weißt du? Umso stärker konntest du wieder zurückkehren. Ja. Ich bin da. Und ich werde mich dafür einsetzen, dass ihr auch auf jeden Fall noch stärker werdet. Ich weiß nicht wie. Aber ihr müsst auch stark werden. Sei ich dir ehrlich. Sind wir doch schon, Timmy. Wir sind schon richtig stark. Nein, Snoopy. Du bist vor das Baby, Alter. Du musst noch stärker werden. Hey, was redest du, Alter? Was redest du, Alter? Ich weiß nicht wie. Wo ist you? Alter, Stein bis you. Ja, okay. Ey, meine Elytra ist aber fast... Was zum Teufel? Was ist denn jetzt los? Äh? Hä? Was ist das? Wer hat den Ender-Drachen besiegt? Was soll das? Hä? Hä? Was geht hier ab? Hä? Gibt es hier eine Ankündigung? Lass mal schnell zum Alpha-Tower zurück. Los, lass da hin. Lass da hin. Hier stimmt was nicht. Was war das denn jetzt? Ey, was war das für ein Geräusch? Was war das, Alter? Ja, was war das, Alter? Wer macht dir Hinterhalt-Attacken oder was? Ich glaube, das ist das Unheil. Sicher? Wo ist Alphastein? Ja, das kommt doch immer erst am Wochenende oder so. Aber wo ist Alphastein? Wo ist you? Wo sind die alle? Wo ist Alphastein und wo ist you? Ja, wo sind die? Da war das Geräusch und die sind jetzt auf einmal weg? Bro, irgendwas stimmt hier nicht, sag ich dir ehrlich. Ey, Timmy, bitte! Ah! Wie, du hast keine... Oh, Mann, warte, ich bringe welche, Junge. Kann das denn sein? Ich kann Flügel, Mann, ich kann nicht fliegen. Aha! Leute, du wüsst, wo Ass you is. Was soll der? Keine Ahnung, Mann. Wüsst du, wo der Crymax is? Der ist im Knast. Wir müssen mal zuregen gehen und alle zusammen eine Ansage machen. Alphastein, wie bist du wieder hierher gekommen? Hä? Wo ist die Check? Die sind böse da oben. Die sind nicht gut. Dr. Blackjack! Dr. Blackjack! Dr. Blackjack! Hey, Alphastein, ich hab deine Hydra-Junge. Wir haben Alphastein hergebeschworen, was wollt ihr jetzt machen? Wir sind jetzt stärker denn je! Wir sind jetzt stärker denn je! Ich laufe nur um die Kette, Alter. Ich hab noch nie was auf die Kette bekommen, egal ob mit Team oder ohne Team. Alter, was willst du, Mann? Ich hab keine Chance, Junge. Geh mal Kekse backen, Digga. Oh, er haut nur ab, ey. Er kann nur abhauen, ey. Ja, die haben immer nur einen Großmaul. Er fliegt und schießt mit Pfeilen, Alter. Komm doch her, denkst du, das tut mir weh, oder was? Du bist so peinlich! Okay, wir haben einiges erledigt heute. Das ist sehr gut, ich bin stolz auch vor euch. Wir haben Alphastein wieder bei uns. Wie sieht's aus, Alter? Tim, ich muss sagen, du führst das echt gut. Und ich hoffe, dass ihr bald alle mal den KFC besuchen kommt. Nein! Natürlich! Doch, werden wir, Alter! Ja, Luft jetzt. Ey, Luft jetzt, Mann! Hey, Luft jetzt, Mann! Das ist richtig ehrenlos. Ich höre nicht darauf, was Alphastein sagt. Tim, ich hab einen kleinen Auftrag für dich. Erzähl mal. Ja. Ja. Blackjack hat mir grad geschrieben, soll ich ihn in eine Falle locken? Bro, schreib ihm ja, schreib ihm ja. Dann lage ich ihm in eine Falle, alles gut. Den Falle, Blackjack kommt dann doch noch hierher, oder was? Juhu! Okay, wo ist der? Was hat er geschrieben als erstes? Alphastein ist wieder auf der Insel. Checkst du was? Ja, Mann! Wir werden jetzt die Stärksten hier sein! Ja, wir werden jetzt richtig stark, Junge! Hahaha! Jaaa! Wir werden die Stärksten durch Alphastein! Nein, wir sind ja schon die Stärksten. Noch stärker! Noch stärker! Noch stärker! Jaaa! Hahaha! Er wartet mich bei der Wasserkriegerburg irgendwo auf nem Dach! Das ist ne Falle! Ich muss da jetzt hinschwimmen! Nein, wir gehen da hin! Nein, wir gehen da hin! Ich glaub nicht, Blackjack nicht! Wir gehen da hin! Ich geh mal hin! Komm, ich bin schlicht hinterher! Okay, wir kundschaften jetzt erstmal aus, ob da wirklich was dahinter steckt! Aber Blackjack, ich glaub... Wo läuft die? Oh, ich seh, ich seh, ich seh! Pass auf! Pass auf! Wo, wo, wo? Da! Der hat uns doch schon gesehen, Alter! Wo ist denn Blackjack? Er ist dahinten! Er ist dahinten! Du musst dahinten gerade auslaufen! Hier! Wenn die reden, dann greifen wir direkt an! Ja... Ey, Blackjack steht da schon so, der wird richtig unfair mit Bogen schießen! Safe call! Auf mein Zeichen gewinnen, ja? Warte. Ich glaube, wir sollten angreifen. Macht euch bereit. Drei, zwei, eins, hin. Los geht's! Blackjack! Blackjack, Mann! Bleib doch stehen! Bleib doch stehen, ey! Lass uns mal stehen bleiben, ey. Was ist denn los? Wir haben uns nicht mehr gesehen. Ja, komm, erzähl. Da oben. Lofti, komm her. Ey, Jungs, meine Knie tun weh. Das hat echt weh getan. Ja, das glaube ich nicht. Oh, du hast uns angegriffen und du bist auf der falschen Seite. Das weißt du vielleicht, Jack, ne? Warte mal, warum habe ich euch angegriffen? Bro, weil du siehst, dass wir wieder das Gute machen und du bist gegen uns. Richtig. Warum willst du uns unterbrechen damit? Ja, was wolltest du denn besprechen mit Lofti jetzt? Sag mal. Ja, nix. Ich wollte halt mit Lofti einfach mal reden. War das nicht so, dass du eine Falle hattest für mich, dass du anscheinend hier vorhattest, mich zu töten, hä? Oha, was? Ja. Ja. Okay, erklär mir mal, wo ich hier eine Falle haben soll. Ich weiß ja nicht. Du hast mich hier ergeholt anscheinend. Ich bin gespannt, Bro. Eigentlich habe ich gesagt, ich möchte gerne mit Lofti reden. Eigentlich nur mit mir. Ey, warte mal. Letztes Mal, als wir hier waren, sind irgendwelche Feuerwerkskörper gekommen. Ich weiß ja. Letztes Mal waren ganz komische Dinge passiert. Lass mal irgendwo hin, wo nicht so frei ist. Wir müssen in irgendeinem Haus. Geht mal in Deckung. Irgendwo in einem Haus jetzt. Ja, dann lass halt mal. Ich trau hier gar nichts mehr. Ja, wir können uns auch... Also, Lofti, würdest du mit dir mal alleine reden, ja? Ja, äh, okay. Aber kannst du mir... Ne, ich bleib hier, sonst komm ich da oft gar nicht mehr raus. Lofti, wenn du Hilfe brauchst, wir sind da, ja? Ich schrei natürlich, alles gut. Ja, okay. Lass dich von den kleinen Rüpe nicht beeindrucken, ey. Das ist ein Winzling. Richtig. Winzling, Junge. Du kannst nix, ey. What the fuck. Ja, ist okay. Auf der falschen Seite bist du, Junge. Jetzt verzieh dich, ey. Was für eine falsche Seite? Warte. Verzieh dich, ey. Ja, du wirst noch sehen, Alter. Ich belauschte jetzt, Jungs. Ich belauschte jetzt. Den Eiferclan angreifen zu müssen. Auf jeden Fall wirst du was davon zurückgekommen. Das kann ich dir sagen, Alter. Mach dich schwindelig, Timmy. Ja, ich mach ihn gleich schwindelig. Hahaha. Okay, ich glaube, ich habe hier eine super Position, um die zu belauschen. Okay, ich bin super gespannt, was die jetzt quatschen. So, was gibt's denn? Bitte, bitte. Was wolltest du denn mit Quatschen? Luffy, du bist eigentlich immer einer von den Neutralen gewesen, der eigentlich über Handlungen nachgedacht hat. Ah, eigentlich schon. Das labert der, Dicke. Was redet Blackjack da? Deswegen, Luffy, was geht da jetzt ab? Wieso ist auf einmal Alphastein wieder da? Oh, das ist leider ein Alphaclan-Geheimnis. Das kann ich dir noch nicht sagen. Ja. Luffy gehört zu uns, hört ihr? Wenn du dich bewährt hast und mein Vertrauen gewonnen hast, dann kann ich dir vielleicht ein paar Infos geben. Okay. Warte. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber ich schätze mal schon. Merkst du eigentlich, dass es sich hier entwickelt, wie auf der ersten Insel und wie es auf der ersten Insel geendet ist? Alles in einem großen Kaboom. Hahaha. Ja, richtig. Aber willst du das wieder haben? Eigentlich nicht, ich bin froh. Oh, ich bin auch erst kurz wieder da, Blackjack. Was redet der da? Merkst du was? Was redet der da? Aber es neigt sich immer mit dem Ende zu. Nein, Siu. Warum ist Siu der Böse? Siu hat seine Wasserkrieger und so alles saziert und die kämpfen die ganze Zeit gegen uns. Wir machen gar nichts. Lufti, du weißt, wie du spielst mit dem Alphaclan schon eh und je war. Auch mal im Alphaclan. Weißt du das noch? Ja, merkst du was? Daher weiß ich ja, von was ich rede. Boah, das sieht aber beleuchtet geil aus. Hab ich noch gar nicht so gesehen. Wow. Oh mein Gott. Achtung. Hier geht's los. Alter, wie knapp. Ich helf dir, Blackjack. Oh mein Gott, die hatten alle... Wie knapp die gerade mich verpasst haben. Alter. Also Lufti, pass auf. Wie gesagt, du bist einer, der war eigentlich immer recht intelligent. Und ich weiß nicht. Lass dir das alles nochmal durch den Kopf gehen, ob das so gut ist und... Ja, schau halt mal. Der will in seinen Kopf rein. Wie gesagt, ich hab keinen Bock, dass die Insel hier... Was hast du denn vor? Du hast doch irgendeinen konkreten Plan. Erzähl mir doch mehr mehr. Dann würde ich mir vielleicht noch ein bisschen was überlegen. Ich hab tatsächlich keinen großen Plan. Ich hab grad ein geheimes Bauprojekt. Ich baue... Hast du einen Dreizack? Hat Siu dich geschickt? Oh, jetzt kommt wieder Achterat. Okay, die reden eigentlich nichts mehr Relevantes. Nur irgendwas mit Tiere retten und keine Ahnung. Aber ich glaub, die lösen sich jetzt grad sowieso auf. Da fliegt Blackjack. Hab ich gesehen? Nein, nein, nein. Oh mein Gott, ich hab die jetzt einfach noch so richtig hart belauscht. Okay Leute, krass, was passiert ist. Wir haben Alphastein wieder geholt. Ich wurde zur rechten Hand von Timmy ernannt. Und ich habe etwas von Blackjack und Lofty erfahren. Auf jeden Fall liken, abonnieren und Glocke aktivieren.